31 Ballone werden heute hier starten. Jetzt ganz links der Ballon von Holger Klose. Holger, Glück ab, gut Land, bis dahin zum Leipklo. Das wird heute ein arbeitsreicher Tag werden für die Ballonfahrer. Dann ist gestartet David Strassmann im Plaza Racer, ein Rennballon. So sehen Ballone aus, die für die Formel 1 der Luftfahrt gebaut werden. Wir werden schnell rauf und runter zu bringen und werden für Wettkämpfe eingesetzt. David!